Oh, da bin ich vieler. Ich guck das her, Alter. Ich seh nix. Normale? Sieht's raus. Ich hab's gewonnen. Nee, da ist noch mehr. Boah, ey, das mit dem Looten ist nervig manchmal, ne? Dass das nicht, also, immer wieder weg geht. Du weißt, was ich mein? Ja. Okay, na gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter geradeaus, ne? Ja. Gut, gut, die Häuser hier noch mitnehmen, nein, ne? Oder doch? Wie du willst, da wird so viel Zeit gelootet. Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen weiter gehen, eigentlich. Du auch, ne? Ja. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Der Klauch auch. Mit der Sonne. Huch, ich lauf gegen Bäume. Oh. Oh. Oh, okay. Was ist ein Gegner? Warte mal, ich versuche mal zu snipern, okay? Ja, das kannst du besser als ich. Ah, wahrscheinlich. Ist das kein Gegner? Okay, warte, ich versuche es mal hier. Wir müssen doch, wir müssen hier nichts tun. Null. Ja, du kannst das nicht so gut wie ich, ne? Das war ein Blicks, doch so. Ja, ja, zweimal hintereinander. Ja, das war das Blicks. Gibt es noch mehr? Da ist er. Oder ist er schon kaputt? Okay. Was sind's denn? Das sind aber wieder Acken und Kreuzspiel. Ich habe gar keine Ahnung, wirklich nicht. Aber hier sind viele Tote. Oh, was? Zugangskarte war hier. Zugangsbarcode. Zu irgendwas. Bunker Sorken. So. Müssen wir, glaube ich, hier sammeln, oder? Ja. Warum nicht? Hier sind so viele Tote, ne? Ja. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, ne? Nimmts halt echt nicht, ne? Und wie viel Stahl können wir eigentlich tragen, ey? Ja, wir können doch zu viel halt. Wir sind auf jeden Fall krass unterwegs, würde ich sagen. Oh, hm. Oh, hm. Nullf hat sie getroffen. Zwei gegen. Ja. Ach, dann bin ich zusammen und hier. So. Weiter geht's. Oh, ach, ein großer. Ja. Ja, den ganz großen nicht, aber die mittelgroßen, ja. Alter, überall liegen die Leichen. Hier ist ne Leiche. Noch eine. Oh, hier sind richtig viele Leichen. Oh, und hier sehe ich auch die Waffe. Oh, und hier sehe ich auch die Waffe. Ich bin auf jeden Fall überladen. Und du? Ja. Ich bin nach 20 Kilogramm. Ja, das ist gleich vorbei bei den Waffen. Ich geh mal ins Kriegzeug rein. Ja. Ich bin nach 20 Kilogramm. Ich bin nach 20 Kilogramm. Ja. Zein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Kannst du das mitnehmen, ja? Ja. Ich kann mich jetzt wenigstens noch ein bisschen bewegen. Ja, wir müssen jetzt irgendwie zu nem... Unterschlupf. Ja, aber wir sind ganz in der Nähe. Sollen wir mal dahin? Ja. Ja. Ich bin noch schnell ans. Mhm. Können wir nicht noch mal das Gewicht erheben? Ich weiß es nicht. Wir hatten keinen Stufenaufstieg, oder? Fertigkeiten? Nein, das ist schon fest. Bergen, Mechaniker, Lauftempo. Ne, Tragekapazität ist sowieso schon ungeschlagen. Was ist das? Ausdauerregeneration, Bergen. Ja, das wollte ich haben, ne? Hätte ich gesagt. Mechaniker. Jawohl. Was ist das? Sprengstoffexperte. Sprengstoffschaden und Sprengstoffwirkungsbereich. Das hört sich gut an, ne? Sprengstoffhörmer, das könnte ich machen, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, wir laufen mal wieder Richtung nach Hause. Alter, hier sind noch mehr Sachen zum Looten. Das ist Katastrophe. Wir müssen es einfach liegen lassen jetzt. Also, du kannst ja noch mitnehmen, was du willst, aber... Ich kann nichts mehr. Moment, bitte. Bisschen was mit. Na, das ist vorbei. Gut. Kannst du mich noch bewegen? Nein, ich habe es wieder übertrieben. Ich habe immer noch 8 Kilo, was ich dran kann. Ja, dann kannst du das noch nehmen hier. Ich habe das da hingelegt. Gut. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall zu diesem Unterschlupf, sonst wird das nichts. Mehr kann ich hier echt absolut nicht looten. Ist da ein Loch im Zaun? Ja, ne? So. 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 Ja, naja. Ich habe da ein großes Vieh. Für euch auch ab jetzt. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt hier schon der Stützpunkt. Und hier können wir auf jeden Fall schon Sachen ablegen. Und eine Recyclingstation. Perfekt. So. Noch mehr Mühe. Hm. Das ist eine normale Lagertrachter. Kannst du dir die Waffen wiedergeben? Ähm, kannst du ja. Wollen Sie noch mal helfen, was du dir gegeben hast? Äh, zwei Waffen hatte ich dir gegeben und irgendwie eine Autobatterie. Das hier? Okay. Warte, ich kann das nicht verbessern. Ich kann, äh, das Lager nicht verbessern. Ich brauche mehr Holz und mehr Kupfer. Wie kriege ich den Kupfer? Hä? Warte, ich kann das nicht verbessern. Recyclingstation. Wie kriegen wir den Kupfer raus? Ja, aber Funkgeräte werde ich jetzt nicht kaputt machen. Also aus Funkgeräten würde man jetzt Kupfer kriegen, zum Beispiel. Tja, das ist scheiße. Weil mein Lager echt voll ist. Also aus Funkgeräte ist. Wie kann man denn diese Fackeln recyceln? Ich glaube, ich muss da mal rangehen. Ich muss das ausprobieren. Die Feuerwerkskörper werden wir ja wohl echt nicht brauchen, ne? Rauchgranaten glaube ich auch nicht, dass ich jemals brauchen werde. Granaten, normale vielleicht noch. Stufzelle weiß ich nicht. Radio weiß ich auch nicht. Die könnte ich glaube ich zerlegen. Signalfackeln. Ich versuche es einfach mal die Sachen zu zerlegen, weißt du? Ja. Die, wo ich mir denke, dass das wahrscheinlich sinnlos ist. Jetzt kann ich nicht denken. Okay, achta, das muss ich mal rangehen. Huch, au, jetzt bin ich zu schwer, doll. Ich hab's übertrieben. Okay, ich hab's übertrieben. Ich hab's übertrieben. Es ist nicht da. Ich hab's übertrieben. So, wir schauen mal, ob wir den Müll hier wegkriegen. Rauchgranate. Da kriegt man aus den Rauchgranaten Klebstoff, Sprengstoff und Plastik. Ich recycle die mal. Feuerwerkskörper, Klebstoff und Holz. Aus den Feuerwerkskörpern. Alter, wir kriegen so viel Holz. Notsignalfackel, auch Holz. Das ist ja nice. Oh, und aus den Ghetto-Blastern kriegen wir Kupfer. Das ist gut, oder? Ja. Na, guck mal, dann hat der Müll doch mal einen Sinn. So, ich guck mal schnell. Jetzt kann ich auch das Lager verbessern. Dann mach ich direkt. Notsignalfackel. Also, ich bin schon wieder zu schwer. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich guck mal. Ich guck mal. Der kann doch nicht wahr sein. celler програмmusik. So, das ist jetzt sehr viel Inventarmanagement gerade, aber es geht auch gerade nicht anders mit dem Spiel. Okay, es tut uns leid, aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir mal ein, zwei Sachen machen können, ohne sofort voll zu sein. Ich schaue mir gerade an, ob ich neue Schminke habe oder so einen Scheiß. Oh, nein. Ups, jetzt habe ich ein Screenshot gemacht. Ah, ich habe eine Halskette, hör mal. Okay, das ist gut, ich schaue mir nicht. Das war's. Das war's.